Willkommen zurück zur Folge 75, bald haben wir Folge 80 Und natürlich zur Folge 100 Gibt's ne noch, aber wir haben erst 3 Viertel bis 100 geschafft Also, Halleluja Ja, Halleluja So, ne, mittlerweile würde ich sagen, haben wir wieder Munition in der Haus Ne, die 5 Patronen, die kannst du eigentlich irgendwo hin tun, die brauch ich nicht Die 5 Kugeln, brauch ich nicht Die kann ich irgendwo hin tun So, wir müssen uns jetzt aber überlegen, was wir mit meiner Schott Ich brauch mal ne neue Schott Neue Schrotflinte Schrotti So Maschine, Jagd Schrot 50 Alles geht, außer die 50 Dafür muss ich die hier mal kurz um Das ist so die Hauptschmelze, weil hier alles drin ist So Ne, da ist der Amboss So Dann, wie viel kannst du? 500 kannst, hab ich gehört Das heißt Du machst mir jetzt 500 Ich kann's noch mal 500 Gut So, du machst mir mal bitte 100 Stahl Ja 100 Stahl bitte, auch für Hand Ich brauch das im Moment gerade nicht Ich habe genügend Geschossspitzen im Moment Da sind noch Patronenhülsen Ja Wir haben davon genügend gerade Wir haben genügend Patronen Wir haben genügend Geschoss Die müssen erstmal verwurschtelt werden Ne Wir haben auch genügend Muni gerade Ja Genügend Viel zu viel Muni Na Jo So passt das Ich möchte aber mir mal eine neue Schott Schrott machen Und Das dauert jetzt seine Zeit Tüttüt too So, und was haben wir hier? Stahlgerüste haben wir hier Watt am Radohr Das kann ich die zusammenstecken? Ey Dann lässt ihr es mal eine Tasche So Wir haben doch schon unsere gute Zementproduktion aktiviert Ne? Oei, 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 oei! Die Schmieder läuft nicht, ohm! Oh, ich muss mal kurz... Leute, das ist wirklich zu hell jetzt. Video. So auf 50. Jetzt erkennt man auch was, ne? So. So. Ich würde mal sagen... Das wird ne lustiger Tag jetzt. Guten Abend. Warum habe ich gerade so ein schlechtes Aim? So, der ist... Nicht so schnell hier. Komm mal her. Hallo? Boah, nehm ich. Guten Tag. Hallo? Hallo? Schnauze! So war es das? Oh jetzt sieht man ja gar nichts. So war es das? Also Nachtsichtgerät ist schon geil. Na komm, geht doch. So, der Gedicht. Apropos, habe ich ganz vergessen zu erzählen in letzter Folge. Ich habe mich an den Tisch mit den Zombies gesessen und habe gesagt, Leute, wir haben da so ein Problem. Okay, also mein Wellnesshotel ist für die nächste Horde noch nicht fertig, für die nächsten Ansturmen. Das heißt, können wir da nicht irgendwas machen, dass ihr einmal verschlagt. Ich habe mir gedacht, ja, wenn sie dann ein schönes Wellnesshotel machen, gut. Gut, und dann haben wir uns gar nicht, dass die nächste Horde, keine, dass die nächste Horde aus Versehen ausfülle. Ha! Oh Gott, löschen, löschen. Oh, ich habe mich gelöscht schon. Schnell Wasser! Schnell! Kippt das Wasser rein. Geht doch. Ich wusste gar nicht, dass man sich dadurch anzünden kann. Ja, egal. So. Wie sieht das hier mit dem Zement aus? Zement ist durch. Wie sieht das hier aus? Wunderbar. Wir brauchen Steinchen. Aber da waren auch schon meine Steine. Meine viel zu vielen Steinchen. Leute, ist vielleicht jetzt nicht gerade das Spannendste, aber das gehört auch dazu. Wenn ich alles aufkehren machen würde, wäre alles. Dann würde gar nichts mehr in der Folge sein. Also. Ne, also müssen wir da so auskommen. Und B, wir haben ja aber genug Beton und so. Ich kann aber mit den Sachen, was mir gerade gegeben hat, nicht richtig was anfangen. Ist einfach nur Müll für mich. Das kommt weg. Das kommt weg. Perfekt. So. Schaufel. Passt, passt, passt. So. Genügend Dinger ist. So. Wo ist der? Schrott. Schrott. Ich brauche Klebe, Plast, Störn. Klebeband. Klebeband. Klebeband ist hier nicht, aber hier ist Beton, nehme ich. Schon mal Klebeband haben wir nirgendwo. Klebeband. So ein Stückchen da ist. Klebeband, da ist unser Klebeband. Das sind das hier. Schrauben brauchen wir. Wir brauchen die Schraubenfedern noch. Schraub, 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 schraub. Hier sind die Schrauben nett. Sind die hier schrauben? Fäderle. Nein, sind die hier die Schraubenfäderle. Nein, ich habe Schrauben. Nein, wo sind denn meine Schraubenfädern? Schrauben, da sind die Schrauben und da ist auch der Plastik. Perfekt. So, und da sehe ich doch schon eine Schraubenfäderle. Schraubenfäderle. Ich möchte mal einen Bogen bauen. Neun Bogen, so ein Kompon. So ein Kompon. So. Ich brauche Leder. Leder, ich habe genügend Leder. Leder ist bei mir keine Mangelware mehr. Leder, Leute. Ich Leder hier und fertig. Genau. So, haben wir eigentlich noch Skill Points, die ich irgendwo verskillen könnte. Ja, und Fire Tables oder Chemistation. Okay. Warum habe ich... Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, aber warum habe ich denn hier gerade... Bei Statuseffekt. Weil mir heiß ist, oder was? Nee, Leute. Leute. Das können wir doch nicht machen. Okay, was ist das hier? Ich muss eigentlich hier wieder Geld reinstecken. Kann ich aber nicht. Schade. So. Boom, Headshot. Ne? Hört sich gut an, oder? Ich finde, Boom, Headshot ist das Geilste, was es gibt. Boom, Headshot. Ne? Boom, Boom, Headshot. Boom, Boom, Headshot. Boom, Boom, Headshot. Da kann man auch wieder Sement rausholen. Sehr schön. Was kann ich hier jetzt rausangeln? Wir haben steige Gerüste. Haben wir alles. Läuft alles. Ja, alles läuft, was laufen soll. Perfekt. Das heißt, unten eine Mache. Ich hätte gerne Machi. Mach, Machete. So brauche ich Leder, 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 Leder. Schon wieder brauche ich Leder. So, können wir. Bam. Mein Ledervorrat wird jetzt wieder besser. Gott sei Dank. So geringer ist es für mich besser. Geringerer Ledervorrat ist für mich besser. Weil ich kann nicht mit so viel Leder umgehen. Ich habe Leder hoch 18. So, sortier mal. Perfekt. So, warum habe ich immer solche Pfeile noch? So. So. Das dauert noch eine Minute hier alles. Und dann haben wir endlich mal hier wieder neue und gute. Neu, gut, geil. Dann haben wir fast alles lila außer die eiserne. Ich bin aber noch am überlegen, ob ich mir die neu machen soll, weil die ist noch gut. Die ist noch nie mal einmal repariert worden, die Feuerachst. Oder? Doch. Klar, jetzt wurde die schon mal repariert. Oh, ist schon wieder hier. Hier ist ja schon wieder Zement am eindringen. Das heißt, neuer Zement ist in der Auftrag. Geil. So, wann ist denn meine Schrott jetzt fertig? Ah. Modify. Abschließen. Zerlegen. Mori. So. Abschließen. Fass dem Arsch. Kante zerlegen. Gibt gut Stahl. So. Hammer. Hammer ist bald. Hier kann ich auch noch zerlegen, ne? Modifizieren. Zack. Abschließen. Und damit ist der Holzbogen weg. Ja. Und braucht den Holzbogen nicht mehr. So. Haben wir eigentlich hier noch irgendwelche... Achievements. Für... Bogen-ETC. Irgendwelche... Ähm... Wodoplui-Feuer. Nee. Nicht verlogen. Hier ist das für die Schrott. Schrottibus. Nee, dieses schöne Seil... ...ist nicht dabei. Doch hier. Hier ist nur das... ...dat... ...dat Plänchen. So. Wie machen wir das? Rezepte? Boah, Leute. Ist das teuer. Kleber brauche ich. Oh, die viel Geld. So. Also machen wir hier erstmal Modifizierung. Warum kriege ich das denn nicht rein? Hallo. Es ist doch wirklich beknackt, oder? So, dann machen wir das eben in unserem Kompon-Bogen. Modifizieren. Fertig. So. Hier. Shotgun. Modifizieren. Ah, gut. Fertig. Sehr schön. Ist das? Keine Ahnung. Fertig. Sehr schön. Passt nicht. Muss ich eine andere Truhe nehmen? Leute. Geil, ne? So, jetzt brauche ich nur noch meinen Zement. Dann bin ich, äh... Ready for go. Ne? Ready. Ready, ready, ready. Dann bin ich ready. Ready for... Vor, vor, Dingsbums, sag schon. Vor... For go to the Baustelle. Wo habe ich denn meinen ganzen Zement, ey? Ihr habt doch mehr als den Zement, der da gerade kokelt. Ne? Natürlich. So, passt. Alles mit. An Zement. Und dann würden wir mal gucken, ist da wirklich kein... Ist da was drin? Ist hier was in Storage? Hier sind Waffen, Waffen, Waffen. Gut, gut, gut. Hepp. Hepp. Ist hier was? Joa, ein bisschen. Sehr schön. Hier sind Sprit, das brauche ich. Ist hier was drin noch? An Zement. Nein, gut. Das heißt, ab. Tür auf. Tür zu. Ich will wieder... Tür zu, habe ich gesagt. So, Kurve. Deckel, Deckel zu. Deckel hoch. Tür auf. Ey, lass mich durch, Mensch. So, Leute. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und... Miau. ... ...